Der 24. Mai ist der Nationale Spargeldach. Okay, denn vierte Älgensplaus in Großbritannien, weil die Spargel, da mag ich doch gern mit. Das macht wen und nicht jängt einen vierten Spargel so auf als ich, gibt die Lüde in einer Spargelphobie. Also, die sind bang für Spargel. Und auch wenn Spargel ja total lecker ist, also ich mache ihn zumindest gern, wird beiden recht hept die Spargelphobiker vielleicht, denn Spargel ist auch ein Giftplant. Die roten Bären von den Spargel können dafür sorgen, dass wie Bugpien kriecht, uns öbel wird, oder wie uns äten, ähm, durchwärts ät. Und dann gibt es ja noch so arme Stackels, die allergisch gegen Spargel sind. Wenn der so rohe Spargelstang bloß anfangen wird, dann kriegt sie der so neumte Spargelkretze. Man, für alle, Anna, ist der Spargel total gesund. Sind denn Spargel doch Masse, Ballaststoffen, Folsuren, Kalium, Kalzium, Magnesium, B-Vitamin und wann wird ich nie noch eins bin? Ich äte Spargel nicht blaus mit Butter, Sauce, Hollandaise oder als Supp. Ich mache das auch total gern mit einer pikanten Erdbeer-Sauce. Dafür dünnst ihr gehackte Zibbeln an, packt gehackte Mandeln in der Tau, pürierte Erdbeeren, dann mischt ihr das mit Crème Fraîche, Honig, Salt und Paper. Und das von Spargel ist total lecker. Und wenn ihr noch mehr Spargelrezepten für mich habt, dann schreibt mir das gern in die Kommentare. Ich probiere eins gut.